Dein Inhalt wurde entfernt, weil sie gegen unsere Community-Richtlinien verstoßen. Dein Kanal hat jetzt eine Verwarnung. Das bedeutet, dass du eine Woche lang keine Videos hochladen, Beiträge posten oder Inhalte livestreamen kannst. Wie krass die mittlerweile vorgehen gegen Content, der nicht den Mainstream-Medien entspricht. Willkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrollen. 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin hier mal wieder für euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking YouTube-Channel. Und ich hoffe, bei euch da draußen ist alles gut, Leute. Heute sind wir mal auf dem zweiten Kanal unterwegs. Die Sonne ist leider gerade weg. Eben hat die schön hier reingeburnt. In den letzten Tagen war echt ein bisschen Sonne. Ein bisschen viel sogar. Fand ich richtig geil, jeden Tag aufstehen mit Sonne. Das verändert schon ein bisschen so das Mindset, Alter. Die Wochen davor war auf jeden Fall sehr, sehr grau, sehr viel Regen und sehr kalt. Es ist auch wieder ein bisschen kälter geworden, aber ich bin einfach ein Sonnenkind. Ich brauche die Sonne. Ich liebe die Sonne. Sun is live, Freunde. Sun is live. Einmal Hashtag Sun is live in die Kommentare. Und zwar ist es jetzt ein Video auf dem zweiten Kanal. Mal wieder einfach ein Video. Ein richtiges Video. Kein Ausschnitt aus dem Livestream, sondern extra für den zweiten Kanal aufgenommen. Weil ich gestern, kurz zur Vorgeschichte, ich war gestern live. Und in dem Livestream gestern habe ich mir ein Video von, also einen Vortrag von Daniele Ganser reingezogen. Und während ich mir diesen Vortrag angeguckt habe, wurde der Stream offline genommen. Und ich war verwirrt. Also während dem Stream war ich eigentlich überzeugt davon, dass es vielleicht irgendwie mit Urheberrecht zu tun hatte. Da dachte ich mir aber auch so, hä, Daniele Ganser hat doch bestimmt kein Urheberrecht auf seinen Vorträgen. Aber dann ist mir eingefallen oder einer im Chat hat geschrieben, dass Hintergrundmusik drin war in dem Video. Und dass es deswegen sein kann. Also der Vortrag wurde nochmal bearbeitet im Nachhinein und da wurde Hintergrundmusik eingefügt. Und es könnte sein, dass diese urheberrechtlich geschützt war. Und dann bin ich einfach auf Twitch weiter. Also ich habe parallel gestreamt auf YouTube und auf Twitch. Also kommt auf jeden Fall auch auf Twitch vorbei, weil ich jetzt wahrscheinlich in Zukunft nur noch auf Twitch streamen werde. Vielleicht den ein oder anderen Stream auf YouTube mit starten werde, aber dann komplett auf Twitch rüberziehen werden die Leute. Weil, ja, ich bin dann trainieren gegangen, war im Gym, bin meine E-Mails so durchgegangen. Ich gehe so auch jetzt mal parallel mit euch durch, weil ich möchte euch das auch gerne vorlesen, was ich dann da für eine E-Mail bekommen habe. Genau, und zwar bin ich dann meine E-Mails durchgegangen und dann habe ich eine E-Mail von YouTube Community Guide bekommen. YouTube hat deine Inhalte entfernt. Unser Team hat deine Inhalte geprüft und leider festgestellt, dass sie gegen unsere Richtlinien zu Spam, irreführenden Praktiken und Betrug verstoßen. Die folgenden Inhalte wurden von YouTube entfernt. Live at Inman, Realtalk, Reactions, Real Life Stories. So, das war erstmal so das Erste, wo ich richtig schockiert war, weil die schreiben was von Richtlinien zu Spam. Also erst habe ich mal gedacht, das ist Urheberrecht, das war nicht der Fall gewesen. Und dann schreiben sie irgendwas mit Richtlinien zu Spam, irreführenden Praktiken und Betrug. Und da stelle ich mir die Frage, wer das so schnell überprüft hat, auch noch während dem Livestream. Einer hat mir gesagt, dass es sein kann, dass Leute aus meinem Chat mich gemeldet haben und dass dadurch jemand darauf aufmerksam geworden ist und dann der Stream offline genommen wurde. Aber ich frage mich, wer das überprüft und wer das entscheidet, was Spam ist, was irreführende Praktiken und was Betrug ist. Weil den Vortrag, den ich mir von Daniele Ganser reingezogen habe, der ging um seine Arbeit, die er schon lange macht. Er ist Schweizer Historiker für alle Leute, die ihn nicht kennen. Und ich habe mir gestern auch nochmal danach zwei, drei Interviews von ihm reingezogen, unter anderem mit KenFM. Könnt ihr gerne mal abchecken. Und da finde ich eine sehr interessante Persönlichkeit, die sich sehr viel mit Historik beschäftigt hat, die sich sehr viel auch mit amerikanischen Imperialismus beschäftigt hat und die Kriege aufgearbeitet hat, die die NATO beziehungsweise die Vereinigten Staaten unter dem Deckmantel von Friedenstiftung geführt hat. Und da sehe ich keine irreführenden Praktiken, da sehe ich keinen Spam und da sehe ich auch keinen Betrug. Da sehe ich einfach einen Mann, der sich für Geschichte interessiert und der nachvollziehen wollte für sich wahrscheinlich, aber auch für andere Leute. Das teilt, wie so die Historie ist von den ganzen Angriffskriegen, von den Territoriumskämpfen, von Geopolitik. Und ich habe da keinen, also ich selber frage mich, was jetzt genau der Grund war, warum mein Livestream dann offline genommen wurde. Weil die Dinge, die er in dem Vortrag gesagt hat, die hat er auch schon in tausenden von Interviews gesagt und ich frage mich, was da dahinter steckt. So weißt du, wie ich meine, ob das jetzt an mir persönlich liegt, ob das an dem Video liegt, was ich mir reingezogen habe, ob das an irgendwelchen Leuten liegt, die mich gemeldet haben. Aber am Ende des Tages ist es ja auch eigentlich scheißegal, woran es liegt. Es ist einfach da und ich finde diese Entwicklung, die Social Media macht, gerade YouTube, Instagram, wie krass die mittlerweile vorgehen gegen Content, der nicht den Mainstream-Medien entspricht. Content, der ja von Menschen gemacht wird, um andere Menschen zum Nachdenken anzuregen. Content, der auch mal eine andere Seite der Medaille zeigt, die es definitiv auch gibt, das kann keiner verleugnen. Dass mit diesem Content so umgegangen wird, dass der halt extrem zensiert wird mittlerweile. Dass Kanäle gelöscht werden, dass Streams offline genommen werden. Ich habe dann im Nachhinein auch noch auf meinem YouTube-Studio eine Benachrichtigung bekommen. Dein Inhalt wurde entfernt, weil sie gegen unsere Community-Richtlinien verstoßen. Dein Kanal hat jetzt eine Verwarnung. Das bedeutet, dass du eine Woche lang keine Videos hochladen, Beiträge posten oder Inhalte livestreamen kannst. Wenn du eine zweite Verwarnung erhältst, darfst du zwei Wochen keine Inhalte veröffentlichen. Ja, und die Entwicklung finde ich halt schade. Das treibt halt auch YouTuber und Leute, die Content kreieren, dazu, sich dem anzupassen. Und dann halt nicht mehr über Dinge zu reden, die nicht den Mainstream-Medien entsprechen oder der Politik, die in einem Land gerade passiert. Also es zeigt den Leuten, dass sie das nicht machen sollen. Und das ist meiner Meinung nach auch eine Art Erziehungsmaßnahme in dem Fall. Weil wenn du über so eine Themen sprichst, wenn du solche Sachen ansprichst, wenn du auf gewisse Videos reagierst, was ich ja auch tue auf dem Zweitkanal hier. Mein Zweitkanal wird mittlerweile fast jedes Video, was ich aktuell auf dem zweiten Kanal hochlade, von vornherein demonetarisiert wird. Und das hat angefangen, als ich angefangen habe, auf Videos zu reagieren von Sarah Wagenknecht, von Florian Homm, von Ketzer der Neuzeit, von Leuten, die halt auf ihre Arten und Weisen die Sachen, die gerade getrieben werden von der Politik und auch von den Mainstream-Medien halt hinterfragen, kritisieren, auch witzig behandeln, Ketzer der Neuzeit zum Beispiel. Und sich ein bisschen darüber lustig machen. Seitdem ich auf diesen Content reagiere, werden meine Videos von vornherein demonetarisiert. Und das finde ich halt eine scheiß Entwicklung. Früher war YouTube und Social Media noch frei gewesen. Das war ja gerade die Alternative zu diesen ganzen Mainstream-Medien, zum Fernsehen, zu diesen ganzen Plattformen, wo man schon lange weiß, dass man da nicht alles sagen darf, dass man gewisse Dinge nicht ansprechen darf, dass man sich so oder so nicht verhalten darf. YouTube war ja das Gegenstück dazu. Das hat Leuten die Möglichkeit gegeben, sich einfach hinzusetzen, hinzustellen, frei zu reden, das zu sagen, was einem auf dem Herzen liegt, sich nicht biegen und brechen zu lassen, um irgendwie in den Mainstream reinzupassen, sondern einfach das zu teilen und das zu sagen, was einem auf dem Herzen liegt. Das war YouTube für mich immer gewesen. Und das habe ich auch genau so wahrgenommen, weil ich mir gesagt habe, wenn ich in der Öffentlichkeit stattfinde, dann finde ich nur in der Öffentlichkeit statt als komplette Person Leon Lovelock mit allen Facetten, mit allen Gedanken, mit allen Entwicklungen, die er macht. Und einfach ehrlich und real sein war immer mein Ziel. Und dass das nicht mehr möglich ist, dass das auch nicht mehr möglich ist, so erfolgreich zu sein und Geld zu verdienen, das ist halt schade, das ist halt scheiße einfach für so eine Person und Menschen wie mich, die das auf dem Herzen haben und in der Öffentlichkeit stattfinden, dass denen fast, ja, jegliche Art von Freiheit, seine Meinung zu äußern, genommen wird. Überall findet Zensur statt, du kannst nichts mehr sagen heutzutage, das ist eine scheiß Entwicklung. Diese Entwicklung fühle ich auch nicht. Und ja, was soll ich sagen? Ich werde mich persönlich davon trotzdem nicht unterkriegen lassen. Ich werde weiterhin Dinge ansprechen, die ich auf dem Herzen habe, Dinge sagen und mich mit Dingen beschäftigen, wo ich persönlich selber ein Interesse dran habe. Aber ich glaube, es wird immer schwerer für Menschen, die real und echt sein wollen, in der Öffentlichkeit stattzufinden. Und es ist sowieso schon schwer, glaube ich, wenn du den Weg gehst und sagst, ja, ich möchte mir in der Öffentlichkeit mit Social Media, mit Musik, mit irgendwelchen anderen künstlerischen Tätigkeiten oder Journalismus oder keine Ahnung, irgendwie was aufbauen in der Öffentlichkeit und trotzdem noch, ja, bei mir hat der Weg parallel angefangen. Aber wenn du trotzdem halt noch dabei dich nicht verkaufen willst, dabei dir selber treu bleiben willst, dabei auch einer bist, der rein intuitiv das Gefühl hat, dass es, wie es läuft, nicht nice ist und der sich mit mehr beschäftigt und der diese Dinge dann auch gerne ansprechen würde, für so jemanden wird es immer schwer sein, in der Öffentlichkeit stattzufinden. Das war in der Vergangenheit so und das wird in der Zukunft wahrscheinlich auch noch schwerer werden durch diese ganzen Tools, die man mittlerweile hat. Mittlerweile, wenn ich ein Video auf YouTube hochlade, da muss ich irgendwie eine ganze, drei Seiten ausfüllen mit, was für Themen werden da drin angesprochen, ist das Video für unter 18, über 18, speziell für Kinder, werden politische Sachen angesprochen, werden Gewaltthemen angesprochen, wird das angesprochen, wird dies angesprochen, wird so gemacht, wird das gemacht. Diese Checkliste musst du durchgehen, wenn eins von diesen Sachen drin ist, dann wird dein Video eingeschränkt monetarisiert und du verdienst mit YouTube-Einnahmen dann nur noch einen Appel und ein Ei. Also seitdem mein zweiter Kanal quasi komplett fast entmonetarisiert wurde, weil alle Videos eingeschränkt werden, sind die Einnahmen so einfach ein Drittel noch von dem, wie es vorher war. Und ja, das soll mich erziehen, das soll mir sagen so, okay Bro, reicht jetzt, mach wieder Content, der nicht anstößig ist, mach Content, wo du dich nicht mit irgendwelchen Sachen beschäftigst, über die Mainstream-Medien hinaus, das ist nicht gut, das ist nicht gut für dich, dein Kanal. So, mach wieder den Content, den jeder auf YouTube macht so. Und dadurch bekommt man immer weniger YouTuber und Creator, die wirklich kreativ und künstlerisch Dinge machen, ansprechen, aber auch einfach Content-mäßig Dinge machen, die mal was Neues sind, Dinge machen, die ein anderer vielleicht so noch nicht gemacht hat, Dinge ansprechen, die noch niemand angesprochen hat. Das nimmt die Kreativität und die Vielfalt aus dem Content von YouTube raus, meiner Meinung nach. Ach, so, weil so werden alle Leute darauf konditioniert, nur auf dieselben Scheiß-Videos zu reagieren, eine ähnliche Art von Content zu machen und ja nicht aus diesem Handwerkszeug, was du noch haben darfst als YouTuber, du darfst da ja nicht aussteigen. Denk bloß nicht, dass du irgendwas Neues machen kannst, dass du irgendwas Neues kreieren kannst oder was Neues ansprechen kannst, weil dann wirst du sofort gecancelt, ausgelacht, demonetarisiert, was weiß ich nicht alles so. Dieses Phänomen hat in den letzten zwei Jahren definitiv meiner Meinung nach extrem zugenommen und es ist keine geile Entwicklung, finde ich einfach nicht nice. Das wollte ich hier an der Stelle mal ansprechen. Der zweite Kanal wird weiter gepusht. Ich werde in der Zeit, wo ich jetzt auf dem Hauptkanal keine Videos hochladen kann, da werde ich schauen, dass ich für den Sonntag auch hier auf dem Kanal ein Video hochlade und auch für den nächsten Mittwoch, wo ja eigentlich immer auch was kommt auf dem Hauptkanal, werde ich dann auch hier das Video hochladen. Das heißt, unterstützt den Kanal hier auch. Wer weiß, wie lange es den Hauptkanal noch geben wird, wenn ich so weitermache. Deswegen abonniert auch hier den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da und für alle, die mich noch weiter unterstützen wollen, die können unten die Links abchecken. PayPal ist unten verlinkt und ja, für jeden Support bin ich auf jeden Fall dankbar. Schreibt einen Kommentar, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Video, meine lieben Freunde. Be unique, dabei ist alles und lasst euch nicht zu krass lenken und verbiegen und verbrechen, weil irgendeiner das von euch fordert so. Hört auf euch und euer Herz, macht das, was ihr für richtig haltet. Das ist nichts Böses und nichts Schlimmes. Das bedeutet Freiheit. Wir sehen uns. Peace. Skid. All right. All right. All right. All right. All right. All right. Vielen Dank.